Wir haben kaum Bewegungen bei den US-Indizes, die Handelsvolumina sind geradezu unterirdisch und die Frage ist, ob die heutigen Inflationsdaten aus den USA die Märkte endlich mal aus dem Koma aufwachen lassen. Man ist in so einer, wie soll man sagen, apathischen Haltung derzeit. Kaum einer scheint die Notwendigkeit zu sehen, etwas zu machen. Kein Wunder, denn die Märkte wollen oder können nach oben nicht ausbrechen, aber nach unten wollen sie auch nicht. Also sagen alle, naja, warum soll ich dann etwas tun? Der Handlungsbedarf entsteht ja meistens dann, wenn größere Dinge passieren, wenn Ausbrüche in die eine oder andere Richtung passieren, dann sind Leute gezwungen zu handeln, entweder weil sie verkaufen müssen oder weil sie fürchten, bei einer Rallye dann nicht dabei zu sein. Aber so ist das eben diese traurige Veranstaltung, die wir sehen. Gestern zum Beispiel das Handelsvolumen so gering wie noch nie in diesem Jahr. Ja, zuletzt hatten wir am Black Friday, das ist ja eigentlich nur ein halber Handelstag in den USA, ein vergleichbar schwaches Volumen. Gestern 48 Millionen Kontrakte lediglich im SPY, im maßgeblichen ETF auf den S&P 500 gehandelt. Auch davor am Vortag schon, also am Montag, da waren es mal 49.000, noch Anfang Mai waren wir mal über 100, 49 Millionen, Anfang Mai waren wir mal über hunderte Millionen wenigstens. Also in den letzten beiden Tagen, da ist das regelrecht zusammengebrochen, das ist wirklich erstaunlich und das färbt auch ab. Schauen wir mal auf die Optionsmärkte, heute ja die Inflationsdaten und normalerweise, wenn irgendwo Volatilität da ist, dann im Umfeld der Veröffentlichung der Inflationsdaten in den USA. Was erwarten die Märkte, die Optionsmärkte? Heute eine Bewegung von 0,89 Prozent, so wenig wie seit Februar 2022 nicht mehr in Sachen Inflationsdatenveröffentlichung. Also über ein Jahr. Wir hatten zuletzt am 12. April ja die Erwartung 0,94, es sind dann nur 0,41 Prozent geworden. Hier sonst 1,99 oder noch im Dezember über 2 Prozent, aber die Märkte sagen sich, naja, egal wie die Daten ausfallen, die FED wird sehr, sehr wahrscheinlich eine Zinspause machen. Gleichzeitig geht man davon aus, dass im Juli wahrscheinlich dann aber im September sogar die Zinsen sinken werden und das, obwohl keine Rezession kommt, weil eben die Inflation so schnell sinken würde. Aber wenn jetzt die Zahlen heute höher ausfallen sollten, dann müsste man dieses Narrativ mal hinterfragen. Hier sehen wir diese übergeordnete Seitwärtsbewegung. Im Grunde seit November, wenn man so will, tut sich da nicht so wahnsinnig viel. Wir sind in einer definierten Range. Gestern die Indizes wenig verändert, leicht im Minus, der Nasdaq noch am stärksten im Minus. Wir sehen, dass wir hier in der rechten Grafik seit Anfang 2022, also seit die FED die Zinsen angehoben haben, eigentlich in einer Abwärtskonsolidierung der Märkte sind, die jetzt an ihr oberes Ende gekommen ist, aber eben nicht wirklich ausgebrochen ist. Und die Frage ist, kommt mal irgendein Ausbruch? Wir sehen zumindest rechts, wenn Sie mal gucken, der Wix ist durchaus aus seiner fallenden Wedge nach oben ausgebrochen. Wir sehen den S&P 500 in diesem Chart links unten, eben in dieser intakten Range zwischen der Widerstandszone und der Unterstützungszone, die so im Bereich 4050, 4060 ist, würde das brechen, dann dürfte da Schmackes reinkommen, dann da liegen Stopps für die Oberseite gilt ähnliches. Gucken wir uns mal an, was JP Morgan erwartete für die Marktreaktion. Da sagt man, okay, wenn die Zahl zwischen 5,0 und 5,2 Prozent der Inflation ist zum Vorjahresmonat, dann dürfte die Märkte jetzt noch ein halbes Prozent bis ein Dreiviertelprozent steigen. Wenn sie drunter ist, 4,7 bis 4,9 Prozent, dann könnte es schon deutlicher nach oben gehen, so ein Prozent, ein Viertelprozent unter 4,5 Prozent Inflation dürfte es mindestens 2,5 Prozent nach oben gehen. Dagegen, wenn wir eine höhere Inflation sind, 5,3 bis 5,5 Prozent, erwartet man um und bei 1 Prozent Minus und über 5,5 Prozent sogar mindestens 3 Prozent Minus. Aber diese Extremszenarien so, JP Morgan, sind nicht sehr, sehr wahrscheinlich. Das sind die Konsenserwartungen zwischen 4,9 und 5,1 Prozent, hatte ich schon öfter dargestellt. Also man ist da ziemlich sicher, da kommt keine große Überraschung. Das zumindest sagen die Analysehäuser. Dagegen, das Inflation Forecast Modell der Cleveland Fed sagt, wir dürften heute eine Zahl von 0,6 Prozent in der CPI, also mit Nahrung und Energie sehen. Und zum Vorjahresmonat eine 5,2 Prozent, also höher als erwartet, zu den Zahlen gleich mehr. Und auch Core, also ohne Nahrung und Energie, 0,46 und 5,56 Prozent. Und das läge deutlich über den Erwartungen, den Konsenserwartungen, die wir hier nochmal sehen. Da ist also erwartet 0,4 Prozent zum Vormonat, CPI und 5,0 und in der Kernrate 5,5 und 0,4. Das ist die Konsenserwartung. Hier sehen wir, dass unten mal die Kernrate, dass die ja das Problem ist, ein bisschen. Denn da sehen wir keinen Abwärtstrend mehr, sondern tendenziell sogar einen Aufwärtstrend. Das gilt auch für die Eurozone, die ja ein neues Allzeithoch da gemacht hat bei der Kernrate. Dementsprechend dürften die Märkte auf die Kernrate achten. Und wenn wir dann zum Beispiel EZB-Speaker hören, die sagen dann immer wieder, achtet auf die Kernrate. Das ist das Entscheidende. Also dürfte der Fokus jetzt auch in den USA mehr und mehr auf die Kernrate gehen. Eben die Frage, wird die wieder ansteigen zum Vormonat? Dann wäre die Hoffnung der Bullen, dass die Inflation schnell nach unten geht, durchaus obsolet. Aber wir werden sehen, niemand weiß, wie die Daten reinkommen. Das ist völlig klar. Goldman Sachs im Mindesten erwartet auch eine etwas höhere Zahl statt 0,4. 0,47, das wären aufgerundete 0,5. Was die Kernrate betrifft, da ist man sogar deutlich über dem Konsens. Also die Gruppen 6er, die sagen, das wird ein bisschen heißer ausfallen als erwartet. Vor allem, weil eben wir in vielen Bereichen dann höhere Preise sehen. Ein Punkt dürfte sein, wenn wir jetzt mal Energie mit einschließen, die höheren Ölpreise, die höheren Benzinpreise. Nachdem die Saudis die Fördermenge gekürzt hatten, ist der Ölpreis gestiegen, sind dann die Tankstellenpreise in den USA gestiegen. Dann ist später der Ölpreis ja wieder deutlich gefallen, aber das dürfte in den Daten oder ist in den Daten nicht mehr drin. Dementsprechend, weil eben die Preise zum Beispiel an den Tankstellen nach oben gegangen sind, sind auch die jetzt der veröffentlichten Umfrage der New York Fed in Sachen, was erwarten eigentlich die Konsumenten an Inflation, wieder nach oben gegangen, nachdem sie eine Zeit lang gefallen waren. Also man erwartet wieder mehr Inflation. Nur die Firmen sagen, US-Firmen sagen, also Inflation ist nicht mehr so richtig unser Problem. Hier beschwert man sich vor allem über die schlechte Qualität der Arbeit, aber sei es drum. Jetzt ist aber diese ganze Inflationsthematik vor allem deswegen relevant, weil man sich eben die Frage stellt, was bedeutet das für die Fed? Also müssen wir der Fed zuhören. Hier sagt Williams, fett der New York-Chef, wir sagen, dass wir nach wie vor unser Ziel nicht erreicht haben. Wenn wir die Geldpolitik nochmal strafen müssen, dann tun wir es. Ich sehe nicht, dass wir in diesem Jahr die Zinsen senken, auch weil schlichtweg die Wirtschaft noch zu stark ist. Und wir werden die Zinsen hochhalten for quite some time. Dann hat er ein Interview gehabt mit Sarah Eisen von Bloomberg, meine ich, oder nee, ich glaube sie ist sie. Und mit der Frage, naja, habt ihr jetzt eine Pause signalisiert bei der Juni-Sitzung? Werdet ihr jetzt aufhören? Also erst mal mit den Zinsanhebungen. Dann sagte Williams, wir haben nicht gesagt, dass wir fertig sind mit den Zinsanhebungen. Aber wir haben schon unglaubliche Fortschritte gemacht in Sachen Inflationsbekämpfung. Also er will sich da nicht festlegen. Die Märkte schon, die sagen, es wird nach unten gehen mit den Zinsen. 14. Juni bei der Fettsitzung Pause. Dann Juli wahrscheinlich auch nochmal Pause. Dann 20. September 25 Basispunkte Cut. 1. November 25 Basispunkte. 13. Dezember. Also ab September in jeder Sitzung im Grunde Zinsessenkungen. Das ist die Erwartung der Fed Fund Futures. Und genau das steht jetzt auf dem Prüfstand. Hier eine Analyse der Commerzbank, die sagt, die Markteinschätzung von raschen Zinssenkungen dürfte jetzt auf den Prüfstand kommen. Man braucht weitere Hinweise auf den nachlassenden unterliegenden Preisdruck. Damit ist die Kerninflation gemeint mit dem unterliegenden Preisdruck. Um diese Marktsicht, dass die Zinsen sinken werden, zu bestätigen. Unsere Volkswirte rechnen jedoch weiter mit hartnäckig hoher Kerninflation, da die Löhne hoch bleiben. Und wir haben ja gesehen in den US-Arbeitsmarktdaten, die Löhne deutlich stärker gestiegen als erwartet. Und die Gebrauchtwagenpreise wieder stärker zum Preisanstieg beitragen. Und damit dürfte eben dieser Zinspfad, den die Märkte sich erwarten, infrage gestellt werden. Wir werden sehen, ob auch die Commerzbanker hier recht haben. Kommen wir now to something completely different. Schuldenobergrenze, debt limit. Hier ja gestern das Treffen zwischen McCarthy und Joe Biden. Und not seeing any movement in negotiations, hat McCarthy gesagt. Also null Fortschritte in Sachen Verhandlungen zu diesem debt limit. Und jetzt laufen langsam die Termine aus. Die werden heute nochmal, wird das Abgeordnetenhaus, der Senat und das Weiße Haus, die haben jetzt noch sechs Sitzungen, nachdem gestern erfolglos verstrichen ist, wo man etwas machen kann, wo man sozusagen eben alle drei zusammen hat, den Biden, das Abgeordnetenhaus und eben den Senat. Das heißt, die Zeit wird etwas knapp. McCarthy von den Republikanern sagt, why continue to kick the can down the road? Warum sollten wir die Dose weiter die Straße runterkicken? Und hier sehen wir, wir sind kurz vor diesem debt ceiling. Eigentlich haben wir den seit Januar schon erreicht. Das ist die Schuldenobergrenze. Nur durch Tricks, buchhalterische Tricks von LaJeanette Yellen, der Finanzministerin, geht das überhaupt noch jetzt. Aber das Konto von Yellen wird immer leerer sozusagen. Das geht ziemlich rapide. Und dementsprechend vor allem kurz laufende T-Bills, die werden nervös, weil man eben da einen Zahlungsausfall verpflichtet. Dementsprechend ist es extrem teuer, sich derzeit gegen einen Zahlungsausfall der USA abzusichern. Und wie Stein Druckenmiller darauf hinweist, also wenn wir eine so boomende Wirtschaft haben, zumindest eine Wirtschaft, die es nicht schlecht geht, und dennoch haben wir so miserable fiskalische Defizite, die wir erzielen, über 5% das Defizit, das ist schon unglaublich, was da sozusagen an Schulden gemacht wird. Und das große Problem ist jetzt eben zwischen Republikanern und Demokraten sich zu einigen. Die Republikaner haben ja einen Vorschlag vorgelegt, der durch das Abgeordnetenhaus gekommen ist, der also dort Zustimmung gefunden hat, dass eines der Probleme ist zum Beispiel, dass da Leistungen für Veteranen gestrichen werden. Dann sagen die Demokraten, nee, mit uns nicht. Überraschend eigentlich, dass die Republikaner solche Leistungen streichen wollen, die sonst ja die Soldaten oder Ex-Soldaten meistens relativ hoch halten. Und so sehen wir nach wie vor eine Diskrepanz an den Märkten, totales Koma, könnte man sagen. Dabei haben wir Bankenkrise, dabei haben wir hier diese Themen jetzt mit Gewerbeimmobilien, die immer weiter nach oben poppen. Wir haben eben diese Schuldenobergrenzethematik und hier sehen wir das Auseinanderklaffen zwischen Anleihenmärkten und den Aktienmärkten wird immer größer. Warum das so ist, dazu hat Diego Fasnacht eine Idee und der sagt, wenn sich in der Vergangenheit die Stimmung zur weiteren Entwicklung der Volkswirtschaft verschlechtert hat. Und das ist ja, glaube ich, derzeit der Fall, haben Anleger Aktien verkauft. Das hat dann immer den Markt nach unten getrieben damals. Diesmal aber ist die Stimmung eingebrochen, ohne dass die Aktien verkauft worden wären. Das erklärt, warum sich Aktien weiterhin trotz Rezessionswarnungen und hohen Bewertungen, die sind sehr hoch am Aktienmarkt, relativ stabil halten konnten. Und er geht davon aus, dass er möglicherweise noch aus dieser Nullzinsphase, diese Mentalität da ist, zu sagen, naja, nur Aktien bieten mir irgendwie die Chance auf Kapitalerhalt. Das ist eine interessante Beobachtung. Und Alf merkt hier an, okay, jeder ist sich darin einig, dass die Zeiten der Nullzinspolitik und des Quantitative Easing, also der massiven Flutung der Märkte mit Liquidität, die alles Blase im Jahr 2021 hervorgerufen hat. Und jetzt haben wir sogar über 5% Zinsen und Quantitative Tightening, also eine Strafung der Geldpolitik. Und die Märkte glauben, das hat keinerlei Auswirkungen auf die Märkte und auf die Wirtschaft im Jahr 2023. Ich glaube eben auch nicht, dass das stimmt, weil diesmal alles ist, gell? Aber es ist nicht alles. Wir sehen ja, dass die Geldmenge oder alles anders. Wir sehen ja, dass die Geldmenge straff nach unten geht. Wir sehen die Probleme bei den Banken und so weiter und so fort. Also da wird auch ein bisschen weggeguckt. Weggucken ist auch das Thema unserer Klimaaktivisten, der Klimataliban hierzulande. Jetzt ist das Wetter in Asien extrem heiß derzeit. China warnt jetzt, dass man Stromausfälle haben werde aufgrund der Hitze, die derzeit der Fall ist. Vor allem in Zentralchina, im Osten und Südwesten könnte es zu Stromausfällen kommen, aufgrund der hohen Temperaturen. Jetzt will Peking die Kohlekraftwerke intensivieren oder will hier die Stromproduktion mit Kohle befeuern. Alleine das dürfte, was jetzt aufgrund der hohen Temperaturen in Asien an CO2 deswegen mehr emittiert wird, vor allem von China, dürfte die Anstrengungen Deutschlands in den nächsten 5000 Jahren überhaupt nur noch Wärmepumpen einzubauen. Wie praktisch mit einem Federstrich dürften diese Bemühungen dann nutzlos sein. Was da zusätzlich an CO2 kommt, das können wir in langer Zeit durch Wärmepumpen und so weiter gar nicht mehr ersetzen. Aber Schwarm drüber, was kümmert die Klimataliban? Wenn wir nochmal zu den Märkten kommen, sehen wir ein Ende der Rallye, vor allem in staatlichen Banken und Brokerunternehmen. Das war ja so eine Art Hype gewesen. Dagegen Junkbonds in China, die auf Dollar notieren, jetzt mit einem 5-Monats-Tief. Und das eben, was ich vorhin angesprochen hatte, mit diesen Gewerbeimmobilien, hier sehen wir mal SBB, der größte Gewerbeimmobilienvermieter in Schweden, im freien Fall, kriegt kein Geld mehr an den Märkten, konnte eine Kapitalerhöhung nicht durchbringen. Das könnte der erste Dominostein eines großen Unternehmens in diesem Bereich sein. Der kippt. Und dann kommen wir nochmal, weil wir ja schon in Schweden waren, nach Europa. Und hier sehen wir mal den Unterschied zwischen den europäischen und amerikanischen Economic Surprises. Also praktisch, wie stark weichen die Daten von der Erwartung ab? Und wir sehen, Europa, booms, stark nach unten, vor allem auch durch die deutschen Daten, Industrieaufträge und Industrieproduktion grottig jetzt gewesen, geradezu kollabiert. Euro-Dollar, ist das so eine Top-Formation, die wir hier sehen? Fragezeichen. Die Märkte ja eurobullisch, weil sie sagen, ja, die EZB hat später angefangen mit den Zinsanerhebungen, muss dann länger auf weitermachen. Und genau das will jetzt auch die Schnabeliner Isabella, die sagte, wir müssen mehr tun, um die Inflation auch für 2% nach unten zu bringen. Was genau die Isabella da gesagt hat, das können Sie in der ersten Artikelempfehlung nochmal nachschauen. Warum, wieso, weshalb. Ich denke, dass die EZB so schnell umsteuern wird, wenn die FED gezwungen sein würde, umzusteuern, etwa weil die Wirtschaft in eine Rezession fällt. So schnell kann man gar nicht gucken, wie die EZB dann hinterher springt. Jetzt die Frage mit der zweiten Artikelempfehlung. Ist der S&P 500 zu teuer? Was uns 40 Jahre Kursgewinnverhältnisse dazu sagen. Allerdings muss man eben auch einbeziehen, die wirtschaftliche Entwicklung. Wenn wir jetzt in eine Rezession gehen in den USA, dann sind diese Bewertungen, die Sie hier rechts sehen, deutlich, deutlich zu teuer. Und nochmal zurück wieder nach Europa, nach Deutschland genauer gesagt. Hier gibt es jetzt Pläne der EU, die dazu führen würden, dass unser gesamtes Bankensystem sich verändern würde. Also Ende der Genossenschaftsbanken, Ende der Sparkassen etc. 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 Das wäre ein echter Game Changer im gesamten Finanzsystem. Also diese drei Artikelempfehlungen, 14,30 reinschauen bei Finanzmarktwelt. Die Reaktion der Märkte auf die Inflationsdaten. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.